Meine Jugendliche Gilderkampf haben uns gar nichts gefangen. Uns werden Schilder zeigen als Ehrenbürger von 3. Alles ganz schön. Nach dem Bürger ist der Mann. Bitte werden Schilder achten. Da weichen wie die Fucht. Wir haben 4 fähige Bücher in der Regel. Und durchfügt die Galerien schützen 2 von der Altstadt und 2 von der Südstadt als Ehrenbürger zu nehmen. Die erste möchte ich Gertrud Starr fürschlagen. Als Ehrenbürger von der Altstadt. Ich muss mich noch mehr hinterfragen. Gertrud Starr ist bekannt in der Frau. Und nun herzuführen für die Kirchen, aber für die Gemeinwesen, dass ich wirklich selbst, dass er es gerechtigt hat. Ich muss nur sagen, als Ehrenbürger von der Altstadt. Einmal so. Der zweite Ehrenbürger von der Altstadt, wirklich kann Erich nicht für dich werden. Erich. Das ist der Altstadt. Das ist der Altstadt. Wenn Sie in einem anderen Verschlag hören, sehen Sie dann, ob er echt hilft. Ich würde den nicht auf den Altstadt wirklich auch noch zweifeln sollen. Er würde von der Altstadt wirklich fürschlagen. Frau Lisbeth Karnas. Er hat immer noch rüstig. Er ist immer noch rüstig. Er ist immer noch rüstig. Er ist immer noch rüstig. Mit Dreck. Er hat schon den Kalender. Ich habe einen Kalender mit dem Gegenkonten schicken, mit dem Traum, und deshalb über Rätselich und Fibon sind die Pflege in der Lexikon. Wenn ich Ihnen die Fragen hätte, so, und Gliedschen her, kommt Klaus Hennig. Ich habe einen Blick auf die Arbeit, der hat Zuckerschwerden, Dornbrunnen, Stadtbrunnen, und ich habe, also wirklich, ich komme mir das hoch anerkennen. Was Klaus schwitzt nicht nur, und das versucht niemand Wille, mit dem Wille zu abonnieren. Denn ich habe immer eine schaumige Schiefer, und deswegen er kann ich nicht zwischen Ihnen und Klaus. Klaus, willst du doch wieder schauen? Doch. So. Dann legen wir ruhig an den Haaren. Was jetzt noch ganz wichtig ist, was aufgrund dessen, wo Fähren wir hier sind, können wir jetzt nicht alle an der Quatsch versinken. Wir würden uns mal überdecken, wo wir jetzt wieder reinkommen. Ich kann mir so lachen, wenn wir jetzt das Thema jetzt und natürlich was in das Heim geschaut hätten, aber Fretten und Suchen mit Gaststätten und alles.